guten tag leute hier spricht wieder euer peter geben so leute gegen glatt war gut aber bei uns sieht es halt bei glattbach geht es aber bei uns ist halt jetzt der kessel am dampfen leute kessel ist richtig am dampfen der meisterschaft weg champions league achtelfinale raus die wahrscheinlichkeit dass man diese saison die saison überleben dass man in den nächsten noch mal bei weiter anstehen werden wir werden sehr unverständlich leute glaube ich sehr und sehr unwahrscheinlich dass man noch das war fünf dass man das fünfte jahr erleben werden das war ein fünftes jahr erleben werden das war ein fünftes jahr erleben werden ist übrigens die fünfte aber wir werden einfach weiter spielen ja die meisterschaft ja ja Ja, jetzt ist das vielleicht das letzte Teile geworden, wir müssen einfach mal spielen, wir haben das DFB-Pokal gespielt, Leute, das DFB-Pokal gespielt, wie es war. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir das weiter nach oben ziehen. Die Mannschaft ist abnormal stark, wir können die Leistung nicht auf den Platz bringen, Leute. Wir können die Leistung nicht auf den Platz bringen. Wir können die Leistung nicht auf den Platz bringen. Wir können die Leistung nicht auf den Platz bringen. Auf den Schwierigkeitsgrad habe ich ehrlich gesagt keinen Lust mehr, Leute. Auf den Schwierigkeitsgrad habe ich ehrlich gesagt echt keinen Lust mehr. Wenn es weiter geht. Wir können die Leistung nicht auf den Platz bringen. Wir können die Leistung nicht auf den Platz bringen. Ich habe keine Kehle mehr auf die Schwierigkeit. Und so, ich habe keine Kehle mehr auf die Schwierigkeit. Ich habe keine Kehle mehr auf die Schwierigkeit. ência. Oh, man, Luna. Wie gesagt, auf den Schwächkeitsgraden, naja, 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 na Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ich habe einen Kilo in einem Schwierigkeitsgrad mehr. Wie gesagt, Kilo ist mir auf den Schwierigkeitsgrad. Mal gucken, ob man die zwei Spiele noch als Trainer behalten können. Die zwei Spiele noch irgendwie schaffen und dann wirklich... Und wenn es das Ding ist, dann spielen wir dieses Spiel nochmal auf den Schwierigkeitsgrad runter. Es ist so nervig, eine der Schwierigkeitsgrad. Das frustriert extrem. Eigentlich kann man... Man muss es echt nicht verstehen. Die Unterschiede... Ja, wenn man... Wahrscheinlich wird es... Ja... Ja... ... Also auch... Es ist so schön. Da ist es so gut. Boah, Junge. Ich hoffe, dass wir die Woche noch durchkriegen. Ehrlich gesagt hoffen, wie gesagt, wenn wir in den Nassen werden, tun wir neue Ladeleute. Und gehen wirklich einen Schwierigkeitsgrad runter und machen einen Schwierigkeitsgrad runter. So zusammen. Wenn wir die Woche überstehen, noch dann tun wir es. Wenn nicht, dann werde ich neue Ladeleute und die Schwierigkeitsgrad runter. Unter Schrauben, Leute. Und dann werden wir auf Weltklasse mit spielerbasierten Werbearbeit. Und dann werden wir mit dem Ladeleute. Amen. Ich weiß nicht, wie das noch hinkriegen, Leute. Wenn man so viel Spiel noch über... Dann wechseln oder dann nach dem Spiel gleich wechseln, Leute. Weil... Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. 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 Das ist so nervig. Wahrscheinlich werden wir entlassen nach dem Spiel, den ich... Normalerweise müssten man... Du hast mir... Es ist so... Boah, jetzt kriegt er noch so Bälle... In die Dingle... Ist ja nicht normal... Willst du noch so Bälle rein... Boah... Alla frustrierend hoch... 200... Nein... Oh... Boots... I never know that LGBTQ н Is... I never know... I never know... I just want to play... I never know... Well... Ich bin ehrlich gesagt, Ich werde nicht vergessen... Schaffen wir eigentlich wie hier nun. Oder wenn wir hier nicht entlassen werden, dann machen wir erst einen Schwierigkeitsgrad runter. Gibt es rot wahrscheinlich, oder? Und doch noch gelb. Wenn wir noch Männer in den Klarko werden, dann gehen wir erst runter. Ich würde mehr gewöhnen und jetzt werden wir auf Weltklasse gehen, wie früher. Wir haben uns nicht entlassen. Da werden wir auf Weltklasse runtergehen und das spiel macht sich. Nur weil das funktioniert. Aber wir kriegen es einfach. Wenn wir jetzt sagen, hoffen wir mal. Wir haben uns nicht entstanden. Wir werden runter, ich hoffe, wir werden nicht entlassen, ich hoffe jetzt noch nicht. Lass mal noch das Spiel, ähm, äh, äh, äh. So werden wir es machen, Leute. So werden wir es machen, wenn wir noch... Den Schwierigkeitsgrad werden wir eh runtergehen, Leute, in den Schwierigkeitsgrad, Leute. Den Schwierigkeitsgrad werden wir eh runterdrehen und auf Weltklasse runtergehen, Leute. So werden wir es machen. 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 Mal gucken, was ist da hier. Ja, wie gesagt, Leute. Ja, wie gesagt. Ja. Mann, es nervt jetzt. Es ist jetzt richtig nervig. Es ist richtig nervig. Aber Leute, ich würde Endsache, wir werden neu starten, Leute, würde ich sagen. Wir werden es neu starten, Leute. Wie gesagt, wir werden es neu starten. Das würde ich sagen, wir werden es neu starten. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann spielen wir einfach das Gladbach-Spiel noch mal. Ja, bitte, aber nerf gerade. Sorry. Das war's.